Nein! Überhaupt nicht! Über... ...haupt... ...nicht! Halt! Was mach ich hier? Ich drück falsche Tasten! Ist nicht gut! Oh, Mario! Dieser Sprung ist, glaube ich, der schwierigste. Der kommt. Ach, ich kann es nicht mal retten! Es geht nicht! Ich... Was ist das denn, bitte? Für ein Scheiß! Okay. Ich werde jetzt folgendes machen. Ich werde hier durchspringen. Wenn ich da durch bin. In Safe State setzen. Wenn ich nur noch diesen... ...gottverdammten letzten Teil hier nochmal machen muss. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein! Ach, Mann! Das darunter will ich doch wieder mit richtiger Geschwindigkeit machen. Das hier ist fies! Finde ich. Finde ich gerade wirklich. Bin ich voll... Ach! Mario! Warum? Warum? Gab, 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 certificate, ab, gab, gab. Komm! pup da rein! Komm... Ja, 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 ja.. Warum? So! Und... jetzt auch wieder mit normaler Geschwindigkeit. So, das wird ein Spaß. Ich habe diesen Sprung nämlich noch total in Erinnerung. Und was ist los? Was ist los? Das ist niemals einfache Geschwindigkeit. Das kommt mir gerade vor wie Mark Speed. Lichtgeschwindigkeit. Dreifache Lichtgeschwindigkeit. Oh Gott, das ist nicht gut. Oh Gott, das ist gar nicht gut. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich habe mir hier einiges verbockt. Shit. Wow. Oh, okay. Dann auf die rechte Seite. Nochmal auf die rechte Seite. Ich muss erstmal in eines Loch kommen. Rechte Seite, genau. Nochmal rechts. Nein, links. Oh, Manu. Warum? Milders nicht. So, wie ich das will. Oh. Dann will es und ich rechne nicht mit. So. Nochmal links. Denke ich mir jetzt mal. Weil ich kann schummeln. Nochmal links. Okay. So. Halt. Dann gehen wir nach... Hier hin. Genau. Und jetzt kommt das Ganze mit drei Reihen. Und ist voll gemein. Oh, fuck. Den habe ich ganz vergessen. Den habe ich ja mal so total vergessen. Ich meine, aber den hatte ich in 50% gemacht. Weil der war... Ja, der war... Der war Hammer, war der. Der war Hass. Hass pur, war der. Komm. Lass mich da rein. Oh. Nein. Warum habe ich so ein Problem mit diesen engen Sprüngen? Ich verstehe es nicht. Das ist nicht schwer. Moment. Ich glaube, habe ich hier den anderen gemacht? Nein, habe ich nicht. So. Jetzt kann ich mit Save States spielen. Das ist schön. Also spielen im Sinne von... Hier einmachen. Haha. 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 Und auch wenn es einige vielleicht nervt, ich mag dieses Level nicht nochmal machen. Dieses Level ist fies. Fies, sage ich. Und es geht einfach runter. Bums. Okay, hier wäre der normale Ausgang. Den wir schon holt haben. Hier ist der Schlüssel. Und ich werde... Dieses... Dingen... nur versuchen. Ich werde es höchstwahrscheinlich nicht schaffen. Und ich werde von Anfang an auf 50% gehen. Aus dem simplen Grund. Wir lassen uns fallen. Und es geht los. Es geht... Es geht... Es geht... Es geht... Los. Genau. Derselbe... Scheiß nochmal. Allerdings, soweit ich das gesehen habe... Muss ich... Muss ich den kompletten Fall schaffen. Es gibt... Keine... Sicheren Blöcke. Ihr habt ihr in Erinnerungen, wie lang dieser Fall war? Und... Das ist was. Und das will ich mir grad nicht antun. Da. Jetzt gibt's zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist... Ich sag mir... Ich erspare euch das. Möglichkeit 2 ist... Ich mach gefühlte 20 Videos. Mit diesem einen Level. Weil das ist echt gemein. Möglichkeit 3 ist... Ich mach's off-screen. Und... Wir schauen uns die Sternenwelt noch an. Momentan... Bin ich echt für... Punkt 3. Wenn man nämlich mal hier guckt. Es geht abwärts. Es geht abwärts. Und es kommt kein sicherer Block. Nein. Nicht in diesem Video. Deswegen... Hol ich einmal ganz offiziell... Zack. Und... Speed. Zack. Das Ziel. Okay, wir hätten damit diese Röhre freigeschaltet. Aber jetzt bin ich kurz weg. Denn ich hole hier den Geheimausgang. In hoffentlich... Weniger als einer Stunde. Damit ich noch weiter aufnehmen kann. Das heißt, wir sehen uns gleich. Bis dahin!